Das Ende eines Fahrzeugleasingvertrages ist immer nervenaufreibend. Was sind noch Gebrauchsspuren, was schon schäden? Welche Mängel findet der Gutachter? Wie hoch sind die Kosten? Wir beantworten Ihnen diese Fragen vorab. Wir sind AP Optik. Unser unabhängiger Gutachter erstellt einen Zustandsbericht Ihres Fahrzeugs. Darin hält er alle Mängel fest. Darauf aufbauend bekommen Sie ein Vergleichsangebot. Das machen wir bei 60.000 Fahrzeugen im Jahr. Wir wissen also, worauf wir achten müssen. Auf Anfrage reparieren wir Ihr Fahrzeug nach Vorgaben des Herstellers. Dadurch sparen unsere Kunden bis zu 50% gegenüber den Reparaturkosten bei Ihrem Hersteller. Und für alle, die es einfach wollen, gibt es unser 360-Grad-Paket. Wir holen das Fahrzeug bei Ihnen ab und bringen es nach der Reparatur zu Ihrem Leasingpartner. Warten Sie nicht auf böse Überraschungen. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und vereinbaren Sie Ihren Termin für ein unverbindliches Angebot. Das war schpl تو zu Ihrem Leasingpartner.